Ja, für die lieben Nachtschwärmer, die jetzt noch auf YouTube unterwegs sind, guten Morgen, ja, um 0.07 Uhr, eine neue Version von LaVue ist rausgekommen, die 3.0, und das Geniale ist, 48 Stunden lang sind alle, die das jetzt direkt runterladen, VIP, und können alle Funktionen im vollen Umfang nutzen. Seid schnell, zieht euch die neue LaVue-Version und lasst es euch gut gehen. Bis bald.